fröhliche weihnachten das ist hier unser weihnachtsblock mary christmas mary christmas wie wir hier sagen ja glühwein adventskranz die häuser sind geschmückt lichterketten ganz wichtig ganz viele lichterketten die häuser die sehen aus wie geschenke es ist der nackte wahn wenn man hier durch die straßen fährt ganz genau und und die radiostation spielen weihnachtsmusik 24 7 also 24 stunden am tag es ist toll und man muss hier nicht auf seine adventskalender verzichten und wir kriegen auch beim world market den glühwein ja da kriegt man da kriegt man alles haribos kinderschokolade was das herz begehrt wo wir vom essen reden was macht ihr an weihnachten eine weihnachtsgans nein also ganz traditionell gibt sie weihnachtsinte und die kriegt man frisch beim range 99 also im chinesischen supermarkt und so thanksgiving machen wir mal den probelauf damit das auch klappt dann zu weihnachten und a la lava wird dann die ente fünf stunden in ofen rotkohl knödel knödel es auch beim world market gibt gibt es da auch die gibt es da fertig ja halb und halb keine thanksgiving habe ich da gestanden habe klöße gemacht und die sind mir nicht gelungen aber jetzt weiß ich wo ich sie kriegen genau solltest du tun wunderbar in dem sinne prost ja genau merry christmas merry christmas